hallo freunde willkommen zurück hallo hallöchen so du willst ich gehe an tour und ich schaue einfach mal was sie zu finden ja was so megaterium rex freddy du baust ich kümmere mich um die deine zuchtstation und wenn ich was habe dann kommst du zu mir du schreist ja ich hab ein otter dabei weil ich will ins schneegebiet die brauche ich noch nicht wir haben ständig gäste hier immer ist irgendwie ein paar schleicht hier rum die finden es gut den gefällt es hier da wenn du dann das hier fertig gebaut hast dann hat das wahrscheinlich auch ein ende mal hoffen so ich baue immer irgendwie nach schnauze kommt immer was schönes raus 123 nach außen die ist nicht da kann man rein hier ist kalt also kein eiswürfel aber 1 und 3 das sind dann 8 ist sie das groß genug das sind ja auch alles große tiere wirst du denn mit so drei quadratmetern drei quadratmetern weil die breite die wisse aber nicht komplett hier drin erwachsen werden lassen oder doch naja zumindest bis sie futterdruck sind ja 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 auch ja nicht lange kommen wir runter Die Steine schrumpfen. Das ist nicht groß genau. Ich habe schon ewig keinen Thüler. Oh, da ist einer. Kaum ausgesprochen. 35. Ja, kannst am Baum bleiben. So. Die Migaterien sind meistens zu zweit. Wenn du einen siehst, ist eigentlich in der Nähe immer noch ein zweiter. Meistens, oder? Ja, Migaterien sind immer zu, welcher weiß. Ja, der ist alleine. Ach so, das kann ich ausprobieren. Es ist so blöd, es schneit, ich bin im Schnee und wir haben 22 Grad. Die und die muss ich gleich testen. Das wird dann so eine 8x8 Nummer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 8x8, guck mal, das ist doch. Ja, 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 jetzt ist gut. Dafür habe ich 220 Foläeschen gemacht für eine. So. Da rein. Ich nehme mich. Die kann ich so bauen. 2x2. Und eins davon. Und das ist zu klein. Das. Und bei 3x3, der wird ja komisch ansnappen. Die pack ich hier so rein, weil da bin ich ein Plan dafür. Die sieht man nachher nicht mehr. Die Anlage soll trotzdem noch quadratisch bleiben. So, eine da, eine da, jetzt das 3x3 Tor. So, eine da, jetzt das 3x3 Tor. So, eine da, jetzt das 3x3 Tor. So, eine 3x3 Tor muss ich noch bauen und reinsetzen. Da kann ich dich schon, habe ich schon hier Zugriff? So, Holz oder Gitter? Ach, mach ruhig das Gitter rein. Kommt ein bisschen Licht. Kommt ein bisschen Licht, ja. Das Ding bleibt ja komplett offen oben, so wie du es gewünscht hattest. So, ich bin zu schwer, das kommt auch weg. Der Baum wächst ins Tor, ne? Ach so. Ach so. 20er und noch ein 20er. Glückwunsch. So. 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 Das ist schon mal ein 80er, aber ist trotzdem zu klein. Boah, was machst du denn hier? Alter, komm! Geh! Viecher! Aha. Ich brauche mal. So, einen kompletten Verkleidungsstand du hast. Uh-huh. 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 So. Uh-huh. 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 Und findest du was? 95er war das höchste aber das ist immer noch nicht gut genug. Ne, muss mehr bieten. Ja. Ach so, ja sicher, da muss auch noch Strom hier rein. Reicht die Reichweite nicht vom unter der Küche? Muss man anmachen, vielleicht gibt es eine kleine Ecke. 125 habe ich gefunden. Ja. Ich meine, fang nur weil ich jetzt voll bin weiter zu suchen, ist auch blöd, ne? Ist auch blöd, ja. Also nicht. Nein. Wir brauchen schon. Das ist ja dann die Grundlage, ne? Für den Boss, ja. Für die Zucht. 140 plus. Ja. Wenn es nur so eine ist, so zum rumspazieren und dies und das. Ja. Ja, aber du bist ja. Ne, das machen wir schon ordentlich. Und es war außerdem schwarz. Und du suchst auch gerade mal so 10 Minuten. Ja, das ist schon richtig. So, erstmal eine Umrandung fertig machen und dann. Wir brauchen ja genug Tier. Ja. Das ist nicht eine Art sofort zu sagen, ach, ne, ich gebe mich damit zufrieden. Ist aber alles schon vorgekommen und hinterher haben wir uns dann geärgert. Richtig. So, das ist. Da kommt noch eine Decke dran. Äh, nochmal 50. Komisch. Unser Wohnhäuser für die Erwachsenen, die sind recht, naja, normal. Ist klein. Und das. Und für die Kinder. Riesenhütte. Brauche ich einen Bunker. Ja. Das ist natürlich Flassarbeit. Oh, da habe ich fast zu. Der gibt es aber nicht auf, ne. Ah ne, das ist ein 60er als ein anderer. Ich will es aber nicht töten. Ja. 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 Ah. Sorry, meine Freunde. Der Snerven. Ich kann von mir aus überall rumspazieren gehen, aber nicht mitten drin. alles gute bis so ruhig mikroraptor halt aber dann die maus hat es geregelt dann weiter geht's so guck mal reichte das ja was denn kein fenster es bleibt komplett offen bleibt komplett offen oben gut es kommt nur eine eine decke ja das ist kein dach du bist witzig da rein da rein wenn du wenn du fenstern willst ich kann dir ein paar reinsetzen das ist ja aber guck erst mal zu ende 20.000 stein habe ich weg ehrlich also hast du noch 10.000 übrig ja ja sicher klar komme ich nicht dran später so ja mache ich so ein hunderter schade knapp vorbei was das klappt vorbei weil es 100 ist und nicht 140 ach so dach bauen von unten ist nicht so meine stärke ja Das sieht aber gar nicht mehr so schlecht aus. Das und Tüla 80. Ist so grenzwertig, ne? Ja, ist so grenzwertig. 100 hätte ich gesagt, ja. Hast du ja gesehen, bei dem Frosch war ja gespart. Ja, das hat man dann davon. 30. Da habe ich schon alles zu. Habe ich schon alles zu. Bist du fertig? Äh, für den Bau selbst? Ziemlich. Ich schieße das Zeug einfach so her. Und 25. Oh, wie süß. Zumindest sind hier welche. Ich schieße das Zeug. Ich würde sagen, ich wäre fertig. Okay, das innen mache ja dann ich. Das ist meine Abteilung. Mir gefällt es. Ja. Komplett anders. Siehste? Und du bist Fensterhahn? Nein, nein, nein. Dankeschön. Ja, wenn du noch was... Ach, das wird ja. Wie oft ich die verwechsel. Kannst du mal ein Sumpf fliegen und gucken, ob ein Mewing da ist? So, wenn du jetzt nichts anderes zu tun hast. Ja, ist ja nicht so, dass ich nichts zu tun hätte. Die Klimaanlagen erstmal den Radius anschauen und gucken, ob ich da noch... schade guck mal genau janik bis zu kanten ich kann jetzt nicht immer so gucken bei dir ja ich weiß was ich mache hier so weit muss er nicht kommen ich hab noch ein paar foundation dann nehme ich mal die mit ich versetze mal den generator unter der küche das läuft aber ab da drin und jetzt komme ich auch nicht mehr raus das allerschönste megaterium und 20 guck mal tintenblau mit pinken beinchen was tue ich denn nicht alles hier am ende ist es wirklich um ein generator zu sparen eine die klimaanlage sind laut der krise eine strom generator da kann man sich mal an und aus machen gute idee dann müssen aber die klimaanlagen außerhalb der reichweite von dem küchen generator sein deswegen ich verset den generator nicht dann kriege die kinderstube ein eigenes generator mit mit die klimaanlage ganz hinten du brauchst sowieso anderen kühlschrank hier oder keine mit die klimaanlage ja klar ja 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 wenn man dann hier so ein kleines zimmer können ja 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 Hast du genug, einen Generator zu bauen? Ein Generator und wieviel Klima, drei, vier, ach komm, was war der Geiz? Ein paar Wände hatte ich ja noch. Ich hab ja viel zu viel. Wie schnell das mit verbauen, ne? Ich hab zu viel produziert, da kann man das auch mit einbauen. Ja. Ah, komm schon. Zorn. 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 Und irgendwo hattest du in einer Werkbank noch Benzin gesehen? Ja. So, den Rest machen wir aber noch schnell zusammen. Oh, hast du was entdeckt? Eine Ruine, so eine Kathedrale oder sowas. Aha. Setz du mal ein... Marker? Ja. Mach ich. Ist sogar Musik hier drin. Musik? Ja. Was für Musik? Ganz schön Musik? Ne, ne, so einfach entspannte Musik. Boah, wie geil ist das? Uch! Ich bin da hinten durchgeflogen und jetzt bin ich im Freien wieder. Äh, du erschreckst mich immer wieder, weißt du? Was war das denn jetzt für ein Trick? Ich hätte gerne, ob das funktioniert. Ist nicht mehr da. Was nicht mehr da? Die Kathedrale, also ich weiß nicht, wo es mich da jetzt hingeportet hat. Sehr komisch. Ja gut. Kümmern wir uns weiter um Megaterium. Ja. Ich finde das klasse. Da ist sie wieder, aber äh, sehr komisch. Darfst du nicht so weit weg fliegen denn? Ah, komm schon. So. Ach, ne. Da muss ich die andersrum setzen. Dann setze ich halt die drei andersrum. Ist jetzt wurscht. Äh, ne. Oh, das ist ja so weit weg. Guck mal, was jetzt geht. Dreimal da drin. In die Fenster reinsetzen? Ja. Und noch eine dazwischen. So, dann hast du fünf Klimaanlagen und 30 ergänzte. Sieht man. Ja. So, guck mal. Ja, superschön. Okay, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Und ich werde Ihnen ein bisschen helfen auf die Suche. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.